Endspurt in KW 11 2019 und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Ja, von wegen aller guten Dinge sind drei. Heute ist zwar zum dritten Mal in dieser Woche Wirecard dran, aber gut ist das nicht unbedingt, wie wir gleich sehen werden. Nach einem starken Start in die Woche zeichnet sich jetzt nämlich ein ganz schwacher Ausklang ab und deshalb wollen wir uns heute auch mal auf die Unterseite fokussieren und die Chartmarken da etwas genauer unter die Lupe nehmen. Aber erstmal die Eckdaten. Wochenhoch am Dienstag bei 136,50, tief heute früh bei 103,15, macht ein Minus von rund 17 Prozent auf Wochensicht nach einem anfänglichen Plus von über 10 Prozent und das beweist ganz klar, wie volatil und spekulativ der Titel weiterhin ist. Das zeigt sich auch an dem Dreieck, das sich zuletzt im Chart einzeichnen ließ und zunächst auch bullisch aufgelöst wurde. Dabei tritt eine Besonderheit auf, die Dreiecksmuster leider so an sich haben. Die Fehlsignalquote will heißen, bei Dreiecken kommen häufiger Fehlausbrüche vor und als solcher muss jetzt erstmal der Kurssprung vom Montag auch gewertet werden. Leider. Hinzu kommt, der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt und gewinnt sogar noch an Kontur. Damit rücken die beiden altbekannten Haltestellen bei 110 und 100 Euro wieder ins Blickfeld, die ja ohnehin schon aufgrund des Volumenprofils, wir haben es bei 100 Euro immerhin mit dem Point of Control zu tun, also dem Kursniveau, auf dem seit Anfang 2018 das meiste Volumen bzw. Interesse in den Markt kam, extrem wichtig sind. Und damit ist dann auch klar, wenn es für Wirecard per Schlusskurs unter 100 Euro zurückgehen sollte, sollte ein Dip an das Korrektur- bzw. Jahrestief bei 86 Euro einkalkuliert werden. Nein, keine Angst, ich komme jetzt nicht wieder mit der 70er-Marke um die Ecke, aber die 86 sollte Mann-Frau in jedem Fall auf dem Schirm haben. Übrigens, kleine Chance auf ein Doppeltief inklusive, aber dafür ist es jetzt definitiv noch zu früh. Ansonsten alle Augen jetzt auf den Bereich zwischen 100 und 110 und stabilisieren würde sich das Ganze wieder bei 120, 125 Euro. Von Entspannung könnten wir dann oberhalb von 130 sprechen, also nach der Rückkehr in die alte Schiebezone und Erholung wäre der passende Begriff für Kurse oberhalb von 150, 151 Euro. So, das war dann jetzt hoffentlich doch noch ein ansatzweise versöhnlicher Abschluss. Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über den Daumen hoch. Vielen Dank dafür und Servus bis Montag.